So Freunde, mal wieder im Boss Explosive Video, die schlechtesten Deutschrap Lines. Wir sind mittlerweile bei Volume 23, Alter. Die Zeit vergeht, sie rast. Trotzdem hoffe ich, dass wir irgendwann mal Volume 230 sind und dass ihr niemals mit diesem Format und diesem Kanal aufhört. Beste Grüße wie immer im Boss Explosive. Ich laber gar nicht mehr so lange, wir gehen ins Video rein, Freunde. Let's freaking do it, Alter. Geil. Er hat immer so eine geile Auswahl, was diese kurzen Ausschnitte angeht von der Mucke. Das ist so nice. Hä? Ach so, ja, weil sie eine Hündin ist. Ja, klar, okay. Wie konnte ich verdammt nochmal so dumm sein, Alter? Auch legendäres Video. Legendäres Video. Schöner Ausschnitt. Du schießt mit Minderjährigen, wie eine Kindergärtnerin. Ich mit ein paar Perserinnen, die aussehen wie Kim Kardashian. Und ich lass, wenn ich Party mache, nur Minderjährige Host tanzen wie Casting-Agenturen. Ich will die Büge, wenn ich da die Büge, denn ich habe nie eine Minderjährige Bitch-Miss-Profi. So nicht. Ja, die alten Texte vom Kollege hatten so die ein oder andere Kontroverse auf jeden Fall in sich, kann man mal so sagen, ne? Denn ich habe nie eine Minderjährige Bitch-Miss-Profi. So nicht, mein Junge. Diese Google Chrome auf Hurensohn. Oh nein, Digga. Ganz fürchterlich. Ganz fürchterlich. Google Chrome. Wieso reint sich gerade das auf Hurensohn? Ich habe einen richtig guten Reim auf Hurensohn. Leider fällt mir nur kein Punch ein. Google Chrome. Ich bin bekannter als Google Chrome. Du bist ein Schwanz und ein Hurensohn. Geiles Design gewählt. Boss, Boss, Explosive, Onlyfans. So und dann einfach hier mit Google Chrome die Songnamen. Sehr geil. Beagle, Bit Plus, check mal Google Chrome. Patrick ist und bleibt ein Hurensohn. Doch ich bin's gruppellos. Zähle die Millionen Klicks auf Google Chrome. Holmes, du bist, du bleibst dein A. Ich startete Google Chrome. Hab mich informiert und auch sie nacken Dichter auf Hurensohn. Geil, der hat sogar was aus dem Hürfel B reingeballert. Socht den Glockenreim gerade auf Google Chrome. Dann kam ich auf die Zähne, ist ein Hurensohn. Boah, wirklich, Mann. Das ist so ausgelutscht. Genau wie guter Ton auf Hurensohn zu reimen, Alter. Ist auch fürchterlich. Ja, jedes Individuum ist individuell. Jedes Individuum ist individuell. You're goddamn right. Alter, das ist genau wie hier für alle Formel 1 Fans hier. Wie heißt der Will Buxton? Wo immer dann so, if you finish, if you cross the line first, you win the race und so. So komplett todesoffensichtliche Sätze einfach. Ey, das ist ja immer so Panne, ne? Geil, auch schön. Ich finde die Memes, die er dazu nennt, immer sehr, sehr nice. Was für ein geiler Ausschnitt von Klaus Kleber. Sehr nice. Ey, das ist aber wirklich wack, 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 Alter. Und, ähm, das ist furchtbar. Ich hab was in den Trainingsshow. Ja, stimmt eigentlich. Das ist so geil, ey. Digga, das ist mir auch noch nicht aufgefallen, tatsächlich. Den Track schon echt oft gehört, aber das ist mir ja noch nie aufgefallen, wie krass widersprüchlich das einfach ist. Yo, das ist eigentlich ja immer so krass. Das ist mir bis jetzt echt nicht aufgefallen. Is this nigga serious? Check den Shop aus. Ah, yeah, ich kann nicht freestylen. Ja, Freunde, vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen wunderschönen angebenen, entspannen Tag. Bis dann, macht es gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.